aber selbst für die nacht fand ich das gerade ziemlich ruhig was interchanged da war ja gefühlt gar nichts los scheiße macht er da da ist ein spieler äh ein scap oder so der will grad zum extraten oben drauf ist was auf dem skeleton ja ok ja ich saß doch er sitzt auf der treppe der kleine das tut scheiß auf gemme korn aus der hüfte das ist das wahre sag ich dir kannst du auch einfach so rausschmeißen kann ich auch machen das ist einfach so mir ist das egal ok das ist jetzt nichts teures dann schmeiß ich den scheiß wegen des raus ist das ein pfannenwender den pfannenwender habe ich noch nie installiert so macht man das so sieht es aus ok hier war nur ein scap ich dachte er hat hier oben schon spieler gelegt hier ist er doch mit seiner pumpenquest die schmeckt aber schön ui hallo maschallah weißer feger gut dann haben wir bei dem alles gut dann gehe ich noch mal kurz rüber ins dorms so wo haben wir denn da ist der brief und hier ist der stick ok da vorne sind auf jeden fall skaffs wo alter ja das magazin weggeschmissen auch so egal war das ein spieler skaffs war das ein spieler skaffs auch die nichts auch die Lauf Schlampe, lauf! Die Pipe steht da. Meine Güte! ja 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 ich kann nicht sehen ich habe keine gesangsstunden genommen also bitte wenn ich gleich krumm und schief und irgendwann muss die zeit mitnehmen bitte so da müssen wir mal gucken wo ich hin muss ich glaube zum van der ist gar nicht so weit weg oder doch ich habe schon wieder keine ahnung wo ich bin ich bräuchte ein beat das wäre viel einfacher nicht über die freifläche haben sie gesagt es macht ja alles sinn da drüben da will ich hin die schüsse kamen von links gleich mal gucken was da ist ich habe das gefühl ich renne gleich jemandem in die arme in die arme dieser nebel der hier liegt der midi sicht nimmt und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay TX-15 37 So Single Fire 856 A1 Nehmen wir mal die Captain Vlado, ich ziehe meinen Hut Ehrlich, jetzt Fuck, ich brauche einen Busch Mann Habe ich gerade einen hier So Das muss jetzt reichen Ist mal einen Augenblick weg, sitzt da jemand Das hoffe ich mir ist da eigentlich, der den Stream gekappert hat Das ist Vlado Also ich bin's hier Und Vlado hat Äh Ja, dafür gesorgt, dass ich sozusagen eine Mütze aufsetzen muss, aber Was willst du machen? Da So Jetzt habe ich die beiden Dinger Und gehen dann gleich mal Richtung Ausgang Und Untertitelung des ZDF, 2020 Mann. Tolles Ding. Wollte nicht sterben, der Strapfühler, ja? Da sagst du was. Okay, wieviel Minuten darf ich jetzt nicht reden? Okay, wieviel Minuten darf ich jetzt nicht reden?